Ja, du hast den Schlüssel, ich habe die Karte. Ja, Steven hat gar nichts. Danke, dass du gar nichts dazu beizubst. Nein, Steven hat die Geilheit. Die hast du oder die hast du nicht. Achso. Wer ist das denn? Billy. Oha, ein Billy. Wir haben gleich einen ersten Gen durch. Ja, ich habe hier nichts. Ich versuche, ihn mal zu juken. Ja, ich bin an Gen. Ja, moin. Es ist ein Schwinger. Ja, eigentlich nicht. Er hat ja nicht geschwungen. Ja, moin. Ich bin weg. Ah, hallo. Komm mal zu dir. Ich warte mal, da kommt der Baby, oder? Nee, er ist nicht gekannt. Nee, er ist noch bei mir. Nächster Gen durch. Ich laufe gerade ins Nichts. Also, wenn du mir assistieren willst, er schwe... Oh mein Gott. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ihr seid. Oh mein Gott, ich... Ich glaube, dem ist gerade ein bisschen schwindelig geworden. Was haben sie denn dabei, Herr Steven? Hinter ihm. Ich verfolge ihn. Du jagst den Killer. Ja, ich brauche mal eine Heilung. Wie sieht es aus? Kein Bock. Kein Bock. Ah, ich sehe dich. Du... Du gibst irgendwem gerade die Fruit Loops und die 360s. Ja, aber er hat mich da drin. Die Fruit Loops. Kannst du mal ein paar Zimtis kriegen, oder? Ja, geil. Ähm... Flug weiter aufs Haus. Steven, was soll das? Ja. Äh, okay. Ey, das war... Das war ne Random, alles gut. Ja, dieser Dwight. Irritiert mich schon die ganze Zeit. Wo bist du denn? Ach, hier! Ist das dein Ernst? Ich hab euch nicht gesehen. Ja, moin. Warum entfällt er dich und geht an Mike nach? Der nicht verletzt dich. Ja, ich hab Mike versucht, so ein bisschen zu tanken. Das hat nicht geklappt. Das war auf jeden Fall... Ja gut, mehr als einen Hit kann ich halt auch nicht nehmen. Ist schwierig, ist schwierig, ist schwierig. Alles gut. Ich glaub, der ist ein bisschen verplant, der Junge. Ich hab halt keinen Eifer der Menschen. Der hat Lichtgeborener, glaub ich. Ne, Schattengeborener, oder was ist das beim Killer? Oh, komm, 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 komm. Oh, wow, sehr gut. Geh mal in die Richtung, ich will den stunnen. Alles klar. Ja, warum ist das schon wieder ein Eustral? Okay, sah schön aus. Sah schön aus. Ja, danke. Ich hab's genossen. Glaub ich dir. Okay, irgendwie... Okay, er kann sich grad nicht entscheiden. Lamoin. Ja, das machst du schön. Schön machst du das. Schön machst du das. Ich guck mir das gerade so an. Sehr anmutig. Danke. Er kommt andersherum. Nee, er macht die... Er ist verwirrt, er geht durchs Fenster. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Ja, er hat... Er macht komische Sachen. Sagen wir's mal so, er macht komische Sachen. Killer Shack, ist da die... Ist schon die Dings da, die Luke? Ja, oder? Dann hab ich nicht gesehen, ich mach grad den Jen. Ja, die Luke müsste da sein. Die Luke müsste ja da sein. Die Luke müsste ja da sein. Er hat doch Licht geboren, also. Im Keller ist er zumindest nicht. Und die Luke kommt erst, wenn... Wenn drei Leute noch leben. Okay, soll ich dich jetzt mal holen? Okay, dieser Random Dryt hier. Kommt und holt dich. Kommt zu euch gesägt. Ich mach mal den Jen neben dem Killer Shack. Ich sag euch... Ich sag euch, wenn ihr... Okay. Ich sag euch, wenn ihr euch auf den Weg machen könnt zum Killer Shack... Und? Vielleicht halt zählt? Oh mein Gott. Oh mein Gott, dieser Dwight, den können wir echt vergessen, Mike. Dieser Random Dwight. Oh, ne Witz. Ich helfe dem Mike, ich bin produktiv. Alle helfen mir. Und ich hab die Luke gefunden. Da ist sie schon. Da ist sie schon. Komm, du mal einen Random holen. Dann war... Ich geh mal einen Random holen. Mike, du bleibst bitte hier. Ja, drei. Ich geh mit diesem Random Dwight hier. Das wär jetzt geil, wenn ich einfach abhaue, oder? Das wär... Nicht so lustig. Ich helfe ihn, auf ihn abzulenken. Ja, ich versuch mit ihm zu tanzen. Weiß, wisst ihr, das ist jetzt richtig geil. Er hat kein Nöd. Füll kein Nöd. Und? Das war ein Pro Move. Das war auch ein Pro Move. Mike, hol du auch noch einen Hit. Ja, ich versuch's. Der Random muss doch nur zu uns kommen. Kommst du zum Killer Shack, Steven? Da kann ich dich heilen. Ja, ich versuch den Random zu heilen. Ah, der bewegt sich natürlich. Nee, der Windstrahl wird nicht ansatzweise gut. Na, dann können wir jetzt nix machen. Ist er tot, ne? Ich lüge ab. Ja, das ist tot. Okay, dann warten wir noch, bis er in der Nähe ist. Aber wir dürfen nicht zu lange warten. Wir sind drei Leute. Geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Geh mal weg, sonst kann ich so. Okay. Los geht's. Eins. Zwei. Drei. Alle raus? GG. Nice. Also, ich bin schon am Treffpunkt. Ja, ich auch. Mike? Irgendwie lässt sich die nicht dropen. Ja, hat sich die nicht dropen lassen. Nice. Steve, wo bist du? Stark. Ja, ich bin runtergesprungen. Guck mal, wo ein Killer ist. Ja, du kannst dich aber gehen. Wir müssen doch dich beschützen. Oh, das ist ein Michael. Deswegen sehe ich dich nicht. Der kommt zu uns. Ja, der ist auch schon. Steve, wo bist du? Ja, ich laufe jetzt wieder hoch zu dir. Ah, ich bin runtergegangen. Ach. Er guckt nach oben. Ah, hallo. Oh mein Gott. Jetzt sehe ich ihn auch. Verlauf zwei. Er ist jetzt hinter mir her. Das war, glaube ich, nicht der Plan, oder? Gott, was seid ihr für Bodyguards hier? Also, der Plan ist halt, dass der Killer Steven hinterherläuft. Ja, aber er läuft mir hinterher. Gute Bodyguards. Ja, sorry. Ja, bist mir weggelaufen. Ja, ich habe mich geopfert. Er hebt mich auf. Siehst du, so macht das Bodyguard, Phil. Kümmer dich um unsere VIP. Was soll denn das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hebt den jetzt auf. Er kommt. Ja, es wird schwierig. Er kommt. Es wird schwierig. Ich kriege die Heilung noch durch. Geweckt. Wird jetzt aber auch liegen. Ja, moin. So, der Tat, dass ich nicht habe. Sehr, sehr gut. Ja. So, wir haben unseren... Steven, der ist unser Mann. Steven, ihr werdet nur geslackt hier. Lauf. Ich gehe rein. Geh weg von mir. Der Stalk des Todes. Wir sind doch alle verletzt. Was will der Stalken? Er geht mir wieder nach. Naja, ist weg. Okay. Er kommt zu mir. Er geht zu Mike, ja. Nein. Kein Winkel. Irgendwie ist die Runde ein bisschen schiefgelaufen bis jetzt. Ach, meinst du? Meinst du? So ein bisschen. Ich wüsste nicht, wie du darauf kommst. Okay, krass. Er gibt mir die Mindgames. Er schwingt ein bisschen. Hast du die S? Nein. Wir müssen unseren VIP beschützen. Nee, lauft da nicht direkt rein. Oder ist da eine Palette? Ich hab... Hallo, ich hab gedroppt vor. Was soll das? Ich hab so... Oh, mein Gott. Wer hat die Geilheit hier? Okay, wer hat die Geilheit? Phil, du musst dich um unseren VIP kümmern. Ich bin scheißegal. Ich bin nur ein Opfer. Ja, ich brauch dich ja als Kanodenputter. Ach so. Jetzt lauf da runter. Los, lauf. Hallo, ich glaub, du spinnst. Ich geh mich erst mal eilen. Oh shit, Bill. Bill. Ich wär... Mann, der Bild hängt nicht mal an ihm. Steven, es läuft voll nach Plan. Wir haben schon fünf Chains gemacht. Der erste... Der erste... Bodyguard ist schon tot. Nein, echt? Oh mein Gott. Ja, was soll ich... Er läuft runter, er läuft runter. Oh mein Gott, er läuft runter. Warte, ich krieg zur Palette, Steven. Okay, okay, okay. Da geh ich außen rum. Ich geh außen rum, ja. Ich geh da zu diesem... Nee, er kriegt mich, er kriegt mich, oder? Nee, er weiß, wo du bist, er weiß, wo du bist, oder? Nee, er geht. Komm, 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 komm. What? Oh mein Gott. Ja, er ist halt kein Bodyguard, ne? Er ist halt kein Bodyguard. Das war eigentlich... Er hat die Ausbildung nicht gemacht, Mike. Achso, okay, verstehe ich. Er hat die Ausbildung nicht gemacht. Ja, da gibt es jetzt ein Head-on-Play. Ohne Head-on. Ohne Head-on. Oder kannst du da nicht irgendwie raus-Dead-harden, oder so? Nee, ich hab keinen Dead-Hard mehr. Hm. Dann... Ah, interessant. Ja, okay. Er guckt sich die Decke an. Was tendenziell sehr gut ist. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Lauf weg, Steven. Obwohl... Warte, bis er mich hat. Warte, bis er mich hat. Ich hab DS. Oh mein Gott. Also wenn er mich jetzt aufhebt, aber ich kann dich nicht... Er kommt in die Schränke. Was ist mit dem los? Ja, erst... Soll ich's sagen? Nein! Ich würd sagen, wir spielen einfach normal jetzt in der nächsten Runde, bitte. Einfach ganz normal. Also ich wollt' ja die ganze Zeit nix sagen, ne? Ihr habt die besten Ideen, oder? Können wir schon sagen, ja. Die könnten auch von mir sein. Phil, hol mich. Leg deine Taschenlampe hin. Ich brauch' ne Taschenlampe. Klar, wir tauschen. Was ist mit dem los? Ich kündige. Die Arbeitsbedingungen sind scheiße. So, ich gebe dir die Fruit Loops. Ich gebe dir die Fruit Loops. Der andere macht einfach einen Schäden. Oh mein Gott. Steven, bist raus, lauf weg. Ja, was soll ich sagen? Also das Versprechen könnte ich einhalten. Die Fruit Loops mit der Taschenlampe. So, ich hab' unbeugsam. Ich steh' jetzt auf. Steven. Alles klar. Bist du auf 990? Ja, so. Oder wo bist du grad? Irgendwie. Okay, dann steh' ich jetzt. Warte, sag mir, wenn du auf 990 bist. Nein! Pledin! Du musst mich retten! Ja. Ich krieg' den Winkel nicht. Ich muss weg, ich muss weg. Ich kündige eh. Das hat ja alles keinen Sinn. Keine Perspektive in diesem Job. Die Fruit Loops. Der steht einfach nur tut da und denkt sich, you want to fight. Oh mein Gott. Was? Okay, er hat einfach... Oh Mann. Äh... Das sieht so random aus. Oh mein Gott. Was? Oh, ich hab' Mad Kid. Ja, jetzt wird er farben. Oh nee, jetzt wird er farben, oder was? Oh nee, ey. Ich kann nicht mehr. Oh Mann. Oh Mann. Ich kann auch nicht mehr. Komm, häng mich doch auf. Oh Gott. Ja, Leute, jetzt seht ihr, wie ich einen Generator mache. Ja, die Runde wird sowas von hochgeladen. Just for the fun. Und jetzt wird er an. Sehr, sehr spannend. Weißt du, die Leute, die ihn die ganze Zeit verarscht haben, lässt er dann in Ruhe, ja. Und der andere, der gar nichts mehr kann. Ist halt ein Bill. Ja. Ich müsste leiden. Er kommt zu dir, Phil. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich Angst haben soll, oder? Der kann eh nix. Komm, häng mich auf. Ja, weil du lass den retten gehst. Naja, gut, dann geh ich halt retten, dann geb ich ihn in die Fruit Loops. Achso, da war der. Ich dachte jetzt, der ist irgendwie irgendwo anders hingelaufen. Ja, Leute, ich würde euch jetzt gern was Spannendes erzählen. Nee, die Luke ist da hinten aber nicht, ne? Nee, ich glaub nicht. Ja, was macht der denn da? Doch, da ist die Luke. Wow. Schau ich es noch? Er macht sie zu machen. Er macht sie zu. Ich sollte... Ja, er macht sie zu. Eigentlich macht er sie zu. Das ist spannend. Warte, ich täusche an. Er macht sie zu. Ja, moin. Also abschließend lässt sich sagen, er ist ein Genießer. Ja, ich denke auch. Er hat richtig Spaß. GG. Gönne ich ihm. Gönne ich ihm. Oh, nee, ey. Mein Gott, ey. Du hast Phil wirklich eine lila Flashlight mitgebracht. Ja. Ja, ich hab ihm ja lila Mad Kid gegeben. Ah, okay. Ich tue total für eine Art. Ich tue total für eine Art. Ja, ich tue total für eine Art. Vielen Dank.